Ich bin die Annika Bregelmann, ich reite seit 19 Jahren schon Datenreiterin hier, auch genannt als Herold. Ja, habe das von meinem Opa angenommen damals. Ich bin die Annika Bregelmann. 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 Ich bin die Annika Bregelmann tätig, nicht in der Gilde selbst, sondern auch in der Musik schon viele, viele Jahre länger. Und die Gilde ist mir im Laufe der Zeit ans Herz gewachsen, sodass es für mich auch keine Frage war, als ich Bürgermeister geworden bin, auch das Amt des Generals innerhalb der Gilde zu übernehmen. Und was gefällt Ihnen am besten am Gildefest? Das Beste am Gildefest ist der Zusammenhalt, die Stimmung während des Gildefesttages, wie heute Nachmittag hier im Krandl am Pfingstdienstag, der Haupttag für alle Gilden, die wir aus Nah und Fern zusammenkommen. Und das ist ein tolles Gefühl in der Gemeinschaft zusammen dieses Fest zu feiern. Mein Name ist Piet Olle Wulff und ich bin zwölf Jahre alt. Meine Aufgabe ist es, das Schild der Kompanie Kornauer Tor zu halten und den anderen den Weg zu zeigen, wo es lang geht. Wir sind das Gildegericht. Das ist unser Staatsanwalt, der die Anklagen macht. Ich spreche die Urteile und er kassiert die Gebühren, die hier entstehen, als Gerichtskosten. Und wir urteilen eigentlich alles ab, was hier so passiert und uns nicht gefällt. Wir beide sind zusammen über 90 Jahre Richter. Er 48, ich 43 und wir peilen die gemeinsam 100 Jahre als Richter an.